Nachdenkseiten Die kritische Website Krone Schmalz erhält Friedenspreis und die Experten kochen über Ein Kommentar von Tobias Riegel Manche Meinungsmacher können es nicht fassen. Die Autorin Gabriele Krone Schmalz erhält gemeinsam mit dem Sänger der Prinzen, Sebastian Krummbiegel, den renommierten Löwenherz-Friedenspreis. Zu Recht. Erst kürzlich wurde Krone Schmalz in Mainz ein zugesagter Raum verwehrt. Nun wird sie wegen der Preisverleihung einmal mehr diffamiert. Von Experten, die in einer sachlichen Debatte keine Chance gegen sie hätten. Cancel Culture funktioniert nur wegen Unterwürfigkeit. Hoffentlich bleiben im Zusammenhang mit dieser Preisverleihung alle Beteiligten bei ihrer bisherigen Standhaftigkeit, trotz der weiter unten beschriebenen Angriffe. Der Löwenherz-Friedenspreis wird verliehen von der Initiative Human Projects. Bisherige Preisträger waren etwa Mikhail Gorbatschow, der Dalai Lama oder Fridays for Future. Der Festakt zur diesjährigen Verleihung findet am 19. November im Kupfersaal in Leipzig statt. Die Laudatio wird Eugen Drewermann halten. Die Initiatoren begründen ihre Wahl auf ihrer Webseite folgendermaßen. Wir, die deutsche Nichtregierungsorganisation Human Projects, verleihen jährlich den Löwenherz-Friedenspreis an Persönlichkeiten oder Organisationen, die sich wie Gabriele Krone-Schmalz und Sebastian Grumbiegel in herausragender Weise um Frieden und Versöhnung verdient gemacht haben. Gabriele Krone-Schmalz ist Trägerin der Pushkin-Medaille und des Bundesverdienstkreuzes erster Klasse. Das zeigt ihre Anstrengungen, Trennendes zu überwinden und zusammen mit vielen anderen die Zukunft Europas im Sinne der Menschen mitzugestalten. Daher empfängt Gabriele Krone-Schmalz 2023 den Löwenherz-Friedenspreis für ihre Verdienste um Frieden und Versöhnung auf dem europäischen Kontinent. Sebastian Grumbiegel steht durch sein persönliches Engagement für gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhalt für eine starke Demokratie und Vielfalt. Dies alles benötigen wir angesichts der großen Herausforderungen unserer Zeit. Übersetzerin der russischen Propaganda und ein irrer Opa Krone-Schmalz ist eine gute Preisträgerin. Wegen ihres mutigen, fortgesetzten Engagements für eine Verständigung mit Russland, das sich dem militaristischen Zeitgeist entgegenstellt. Sogenannte Experten machen nun Stimmung gegen diese gute Wahl, unter anderem auf Twitter und einem aktuellen Artikel auf T-Online, den ich als Pamphlet bezeichnen würde. Das Medium steht bei der Diffamierung von Krone-Schmalz mit zahlreichen Artikeln ohnehin weit vorne. Nun behauptet es, renommierte Russland-Experten seien über die Preisverleihung entsetzt. Drevermann wie Krone-Schmalz stehen ganz eindeutig auf der Seite des Kremls und verbreiten Offensiv-Kreml-Narrative, schreibt etwa der Historiker und Publizist Ilko Sascha Kowalczuk auf Twitter. Und bei T-Online unterstellt Klaus Geest war Professor an der Uni Tübingen und dort Direktor des Instituts für osteuropäische Geschichte und Landeskunde. Gabriele Krone-Schmalz hat den russischen Propagandanarrativen den Weg in die politischen Debatten bei uns bereitet und damit ihren Anteil daran, dass sich in Deutschland Politik und Öffentlichkeit lange vom Putin-Regime an der Nase herumführen ließen. Bis heute drehte sie vor allem als publizistische Übersetzerin der russischen Propaganda in Erscheinung. Zitat Ende Der Absatz verbindet persönliche Diffamierung mit dem aktuell dominanten und sachlich falschen Narrativ von der durch das Putin-Regime in die irre geführten deutschen Politik, die darum in der Vergangenheit nicht hart genug gegenüber Russland aufgetreten sei. Im folgenden Absatz arbeitet Geest war dann endgültig mit persönlichen Unterstellungen gegen Krone-Schmalz. Zitat Ihre Verurteilung Putins und des russischen Angriffskriegs ist nur vorgeschoben. Eine klare Distanzierung von diesem imperialen Eroberungskrieg und ehrliche Empathie für die überfallene sowie schwer verwundete Ukraine kann ich weiterhin nicht erkennen. Zitat Ende Geest war bezeichnet die geachtete und seriöse Journalistin und Autorin Krone-Schmalz außerdem noch als eine umstrittene Publizistin, die ihr Geschäftsmodell darin gefunden hat, sich als Sprachrohr des kriegslüsternden Kreml-Bosses in der deutschen Öffentlichkeit zu betätigen. Sie habe zudem mit Eugen Drewermann den Laudator, den sie verdient hat. Hier findet zusammen, was sich gemeinsam auf Irrwege begangen hat. Laut Geest war, hätten er und andere im Mai die Rede von Drewermann anlässlich des alternativen Karlspreises zugespielt bekommen, verbunden mit der Bitte, sich dazu zu positionieren. Aber die inhaltliche Auseinandersetzung wurde von Expertenseite einmal mehr gescheut. Ich habe mir dieses wirre Zeug voller historischer Fehler und politischer Irrflüge angehört, fand es völlig indiskutabel und habe auf eine Kommentierung verzichtet. Seine eigene inhaltliche Verweigerung will Geest war dann mit heftiger persönlicher Diffamierung Drewermanns wettmachen. Mit seiner Performance entzaubere sich Drewermann selber als Irrer Opa, der seinen politischen Kompass endgültig verloren und sich im Querdenken Verschwörungssumpf hilflos verheddert hat, so Geest war. Beleidigungen, weil man inhaltlich keine Chancen hat Mit einer harten Sprache und dem inhaltlichen Wegducken disqualifizieren sich viele Regierungsexperten selber für seriöse Debatten. Die Strategie, eine inhaltliche Debatte durch persönliche Beleidigungen zu ersetzen, ist ein Zeichen der Zeit. Im Wissen, dass sie argumentativ nicht bestehen könnten, gehen viele antirussische Meinungsmacher auf die Frage von russischen Sicherheitsinteressen und ob diese unberechtigt, legitim oder bedroht sind oder etwa der Vorgeschichte des Ukraine-Krieges mit dem jahrelangen Beschuss der Zivilbevölkerung des Donbass nicht ein. Erst muss die Person des Andersdenkenden mit großen Medien im Rücken in Bausch und Bogen diffamiert werden, dann kann man erklären, dass seine Gedanken einer Beschäftigung nicht wert seien. Von Human Projects heißt es auf Nachfrage von T-Online nur, dass sowohl Krone Schmalz als auch Krummbiegel den Preis angenommen hätten. Sie sollen am 19. November in Krummbiegels Heimat Leipzig geehrt werden. Der Sänger habe bislang nicht auf eine Anfrage von T-Online geantwortet. Ich möchte meinen Respekt für die bisherige Standhaftigkeit der Beteiligten dieser Preisverleihung bekunden. Dadurch laufen die billigen und inhaltlich wie formell inakzeptablen Beschimpfungen der Experten ins Leere. Die selbsternannten Experten Gestwar, Davies, Major, Klein, Jilge, Sasse Auf den akademischen Hintergrund des selbsternannten Ukraine-Experten aus Tübingen, Klaus Gestwar, ist kürzlich bereits Florian Warweg im verlinkten Artikel Faktencheck der Faktenchecker eingegangen. Demnach hat Gestwar vor dem 24. Februar 2022 keine einzige Publikation zur Ukraine vorzuweisen, wie ein Blick auf seine Publikationsliste bezeugt. Das hindert ihn aber nicht daran, sich aktuell als Ukraine-Experte zu verkaufen, eine Selbstvermarktung, die von zahlreichen deutschen Medien gerne und völlig unkritisch aufgegriffen wird. Ein weiteres Beispiel für Gestwars unangemessen harte Sprache, die von inhaltlicher Schwäche zeugt, traf Daniele Ganser, den er als Putin-Troll auf Globuli beschimpfte. In einem verlinkten Artikel behauptet, Gestwar Krone-Schmalz würde Russland-Kitsch, der politisch blind macht, verbreiten. Auch hier gab er sich schon entsetzt. Es gibt zahlreiche weitere Experten, die momentan bevorzugt von Medien genutzt werden, mutmaßlich um die gefährliche, für Europa selbst zerstörerische und für die ukrainischen Zivilisten schreckliche Politik der Kriegsverlängerung gegen Kritik abzusichern. Da wäre unter vielen anderen Franziska Davies zu erwähnen. Die Osteuropa-Expertin schreibt etwa in der Taz, Russland ist nicht unser Nachbar. In einem verlinkten Artikel, einmal mehr bei T-Online, wird gar behauptet, Davies habe Krone-Schmalz widerlegt. Zu nennen wären auch Claudia Major und Margarete Klein von der 1962 auf Initiative des Bundesnachrichtendienstes gegründeten Denkfabrik Stiftung für Wissenschaft und Politik die Wahrweg im verlinkten Artikel Denkfabrik SWP thematisiert hat. Auf die Rollen der Russland-Experten Wilfried Jilge und Gwendolin Sasse ist Albrecht Müller kürzlich im Artikel, ebenfalls verlinkt, wie die Tagesschau manipuliert, mithilfe von Experten eingegangen. Publikum mit klarer antisemitischer und pro-russischer Haltung Wie giftig die von großen Medien gerne zitierten und oft persönlichen Attacken von Experten gegen Andersdenkende wirken können und wie sie bei schlecht informierten Bürgern den Impuls der Cancel Culture wecken können, das zeigte sich kürzlich, als das Haus der Kulturen in Mainz im Juni eine bereits zugesagte Veranstaltung mit Gabriele Krone-Schmalz und Ulrike Gürot cancelte. Zum Vorgang dieser Absage haben die Nachdenkseiten am 14. Juli noch ein Interview. Das Haus der Kulturen hatte den Termin mit der folgenden infamen Begründung abgesagt. Zitat Weiterhin ist die Verbreitung und Bewerbung der Veranstaltung in spezifischen sozialen Kanälen und Plattformen ohne klare Distanzierung zu antidemokratischen, antisemitischen und postfaktischen Tendenzen als unvereinbar mit dem Wertekompass des Haus der Kulturen und der MW Malteser Werke GmbH anzusehen. Dies stellt einen klaren Bruch unserer Hausordnung dar. Da wir durch die Bewerbung und Planung der Veranstaltung aus oben genannten Gründen keine kritische Auseinandersetzung mit der Thematik erkennen können und Publikum mit klarer antisemitischer und prorussischer Haltung zu erwarten ist, machen wir von unserem Haus Recht Gebrauch, den Vertrag fristlos aufzulösen. Bei der im Haus der Kulturen geplanten Veranstaltung Frieden in planetaren Grenzen, gemeinsame Sicherheit heute des Vereins Natwiz Verantwortung für Frieden und Zukunftsfähigkeit e.V., stehen Frau Prof. Dr. Ulrike Giro und Frau Prof. Dr. Gabriele Schmalz auf der Rednerinnenliste. Diese war uns zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung nicht bekannt. Obwohl wir uns für einen breiten, sachlichen Diskurs stark machen und demokratische Prinzipien unterstützen und fördern wollen, bieten wir mit unserem Haus pro-russischer Propaganda und der wissentlichen Verbreitung von Verschwörungsmythen und Halbwahrheiten keine Bühne. Zitat Ende. Seriöse kritische Bürger wie Krone Schmalz und Ulrike Giro locken also potenziell ein Publikum mit klarer antisemitischer Haltung. Auf diesem Niveau sind wir schon angekommen und eine Menge Experten sorgen emsig dafür, dass die erlaubte Debatte sich noch weiter verengt. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.